Premiere in Hamburg, James Arthur performt nie zuvor gehörte Songs Hamburg, einmal seine Lieder live mit Orchesterbegleitung spielen, das war immer James Arthurs, 35, Traum Am Freitag hat der britische Sänger sich diesen zusammen mit dem Lufthansa Orchester unter Leitung von Dirigent Steven Lloyd-Gonzalez, 52, vor rund 2000 Gästen in der Hamburger Elbphilharmonie erfüllt. Zahlreiche weitere Zuschauern haben diesen besonderen Moment im Livestream des Chariti-Konzerts Channel 8 Live in Concert by JBL verfolgt. Schon Stunden vor seinem Auftritt im großen Saal der Elphi, konnte es James Arthur kaum abwarten, endlich auf der Bühne zu stehen, wie der 35-Jährige auf dem in diesem Fall Orangenteppich verriet. Nervös war er allerdings auch, wie er gegenüber Tag 24 zugab. Kein Wunder, schließlich erfüllte er sich als Headliner bei Channel 8 nicht nur ein Lebenstraum, sondern bot auch dem Publikum zahlreiche Premieren. Gleich drei noch nie zuvor gehörte Songs seines am 26. Januar erscheinenden Albums, Bittersweet Love, performte er am gestrigen Freitagabend live, darunter My Favorite Pill und Trust Us. Sehr zur Freude seiner teilweise extra aus Großbritannien angereisten Fans spielte er aber auch Hits wie Impossible und Rewrite the Stars. Dank der Begleitung durch das Lufthansa-Orchester mit nochmal mehr Emotionen, wie der Sänger es selbst bezeichnete. Zu Beginn war der Brite, der gerade von seiner Asientour wieder nach Europa zurückgekehrt ist, etwas irritiert von dem sitzenden Publikum. Ich bin das nicht gewöhnt, so Arthur schmunzelnd. Aber er musste sich auch gar nicht erst daran gewöhnen, denn schon beim zweiten Lied stand der ganze Saal und feierte den Mix aus Gänsehautmomenten und seinen mehr rockigen Nummern. Tausender Applaus und Standing Ovations am Ende rundeten James Arthurs bisher aufregendsten Konzertabend seines Lebens ab. Fabian Narkus, nur ein Klick kann in Zukunft vielleicht Millionen Menschenleben ändern. Als Supporting-Acts sind die niederländische Popsängerin und YouTuberin Davina Michelle, 28, sowie der spanische Sänger Leroy Sanchez, 32, aufgetreten. Und dann werden die Sänger Leroy Sanchez, 32, aufgetreten. Aus Rudens, 40, die Sänger Leroy Sanchez, 33, dressed in einem Sesping-Morras in'. Die Sänger Leroy Sanchez er so weit vorhin ers金in, vorhin der Besuch er nicht Ready?